hallo grüß euch ich bin wieder unterwegs jetzt wird es wieder wärmer wie weg von benutzt zwar plus kommt und ein schönes wieder zum rahl fahren schaut euch mal die landschaft ist sehr sehr schön so bevor es wieder weiter ich komme jetzt kurz von franken ich komme gerade von franken und jetzt in der richtung wo das auto fährt da ist st pantalian und da muss ich heim fahren die hänner und die anden fuhren mein bruder und mir muss auch was zum essen machen ich bin jetzt ungefähr 15 kilometer bin jetzt gefahren da komme ich auf 20 kilometer gemeint und das rechte am wochenende kann ich wahrscheinlich nicht ausformen du schreibst wahrscheinlich bis 500 meter und da wird es gelder und wo wir heim fahren vielleicht morgen noch werden wir sehen wir wünschen euch alles gute pass auf euch passt passt auf euch auf und ich wünsche ich muss geführt euch baba wir sehen uns aber